Welcome back meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem wir darüber sprechen wollen, mit welchen neuen Wegen du deine Partnerin oder jede beliebige Frau berühren kannst, um sie verrückt zu machen. Und eine Sache ist dabei super wichtig zu verstehen, es ist wirklich mega essentiell, der weibliche Körper, der männliche im Übrigen auch, aber vor allen Dingen jetzt hier eben auch der weibliche Körper, ist von Kopf bis Fuß eine riesengroße erogene Zone. Das heißt, wenn du weißt, wie du mit dieser riesengroßen erogenen Zone umgehst, wie du diese erogene Zone richtig berührst, wie du diese erogene Zone richtig stimulierst, dann kann es ein absoluter Game Changer sein. Es kann euer Liebesleben nach oben katapultieren, es kann eure Intimität im Alltag nach oben katapultieren und es kann dafür sorgen, dass aus einem schönen ersten Date zum Beispiel eine sehr, sehr lustvolle Nacht zum Beispiel wird. Deswegen lass uns direkt einsteigen mit der ersten Sache, die du bei der Berührung einer Frau beachten solltest. Und als ich diese erste Sache gehört habe, das war für mich ein absoluter Mindblower, mein Gehirn ist quasi explodiert, weil es so viel Sinn gemacht hat. Und zwar ist es das folgende. Wenn du dich selber streichelst, machen die meisten Menschen nicht besonders oft, aber wenn sie es tun, dann merken sie relativ schnell, hey, ist ganz okay, fühlt sich ganz gut an, aber irgendwie ist es dennoch viel, viel schöner, wenn mich eine andere Person streichelt. Dann fühlt sich das intensiver an. Warum ist das so? Wenn du dich selber streichelst, weißt du immer ganz genau, wo die Hand als nächstes hingeht, denn du steuerst deine Hand ja letztendlich selber. Wenn eine andere Person dich streichelt, weißt du viel, viel weniger genau, wo die Streichelbewegung hingehen wird. Und dieses Nichtwissen sorgt dafür, dass wir diese Bewegung intensiver spüren, intensiver wahrnehmen. Und genau dieses Prinzip kannst du dir beim Streicheln und Berühren deiner Partnerin beim Sex, beim Vorspiel oder auch, weißt du, im Alltag, abends auf der Couch oder wie auch immer, zunutze machen. Und zwar das Problem oder die Art und Weise, wie viele Männer streicheln, sie streicheln in Mustern. Also von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts, von rechts nach links oder in kreisenden Bewegungen. Und das ist auch nicht schlimm, aber wenn du jetzt hergehst und deine Partnerin mit zufälligen Bewegungsmustern berührst, kann sie viel, viel weniger antizipieren, wo die Bewegung als nächstes hingehen wird. Das heißt, anstatt einfach eine kreisende Bewegung zu machen, wo ihr Gehirn dann relativ schnell versteht, okay, kreisende Bewegungen, schon verstanden, fängst du an, random über ihren Körper zu streicheln. Du kannst aber auch gleichzeitig noch deine Finger beim Streicheln so ein bisschen zufällig bewegen. Und das sorgt dafür, dass ihr Gehirn überhaupt nicht mehr versteht, wo die Bewegung als nächstes hingehen wird. Und die Streicheleinheit, die Berührung wird viel, viel intensiver. Kommen wir zur zweiten Sache. Und die zweite Sache ist auch eine Sache, die viele Männer falsch machen. Und zwar berühren sie immer mit einem gewissen Druck, streicheln immer mit einem gewissen Druck, krabbeln immer mit einem gewissen Druck. Und das ist einfach so im Grunde auf die Haut gehen, mit den Fingerspitzen oder so oder mit der Handfläche und dann einfach streicheln. Ist erstmal nichts verkehrt daran, aber es gibt eine super schöne Spielweise, wie du die Streicheleinheit teilweise deutlich intensiver gestalten kannst. Und wovon ich spreche ist, nimm mal einfach nur deine Fingerkuppen zur Hand und leg die so sanft auf der Haut deiner Partnerin auf, dass die Fingerkuppen die Haut wirklich fast nicht berühren. Du kannst dir vorstellen, als würdest du die Haare auf der Haut deiner Partnerin streicheln und nicht die Haut selbst. So sanft berührst du nur ihre Haut. Und die Haut ist so ein sensibles Organ. Sie wird diese Bewegungen als extrem intensiv wahrnehmen. Und es wird deutlichen Intensitätsschub in deinen Streicheleinheiten tatsächlich bewerkstelligen. Und das ist eine Sache, die kannst du super entspannt zum Beispiel abends auf der Couch anwenden oder bei einem ersten Date oder beim Vorspiel oder dann letztendlich auch im Bett. Funktioniert wunderbar. Eine weitere Sache, da sind wir bei der dritten Art und Weise, eine Frau zu berühren, die viele Männer suboptimal gestalten, sage ich jetzt mal, ist sie streicheln zu schnell. Also man denkt, man streichelt die Partnerin langsam. Also etwa in dieser Geschwindigkeit würde ich jetzt mal sagen. Aber diese Streichelgeschwindigkeit ist eigentlich viel zu schnell. Die meisten Frauen wünschen sich, es langsam berührt zu werden. Und mit langsam meine ich eine Geschwindigkeit, die in etwas so aussieht. Also was du in Zukunft machen kannst, wenn du mit deiner Partnerin im Bett bist oder wenn du im Vorspiel seid und du sie berührst, ist einfach mal ganz bewusst deutlich langsamer zu berühren, als du es eigentlich gewohnt bist. Und ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, dass genau das deiner Partnerin besser gefallen wird, wie deine alte Geschwindigkeit. So, jetzt da wir so ein bisschen die Techniken und Art und Weisen des Berührens besprochen haben, reden wir ein bisschen über verschiedene Zonen am Körper, die man gut berühren kann. Die erste, über die ich mit dir sprechen will, sind ihre Arme, ihre Arminnenseiten und ihre Handflächen. Komplett unterschätzte Zone auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eine hochgradig erogene Zone, hochgradig erogener Bereich. Ich finde, dieser Bereich ist hervorragend zu stimulieren, wenn deine Partnerin zum Beispiel auf dem Rücken liegt. Was du dann machen kannst, ist, du kannst deine Fingerkuppen nehmen, so wie wir es vorhin besprochen haben. Und du kannst ihr von ihrer Schulter bis runter zu ihrer Handfläche mit ganz, ganz feinen Berührungen hier eine Streicheleinheit schenken. Und dann wirklich über ihre Handfläche drüber gehen und bis zu den Fingerspitzen nach vorne gleiten. Du kannst es machen mit dieser sanften Berührung, du kannst es machen mit einer festen Berührung und du kannst es sogar machen mit deinen Fingernägeln und so ein bisschen am Oberarm entlang kratzen. Alle drei Wege fühlen sich für die meisten Frauen sehr, sehr schön an und das ist einfach ein Körperbereich, der komplett vernachlässigt wird, der sich aber wie gesagt super schön anfühlt. Eine weitere Körperregion ist die Kopfhaut und die Kopfhaut ist auch mega sensibel. Und jetzt hast du doch bestimmt schon mal so einen Film gesehen oder vielleicht auch diesen Tipp gehört, dass wenn du zum Beispiel mit deiner Partnerin herumknutscht, dass du ihr doch hervorragend von hinten in die Haare greifen kannst. Also ein bisschen die Haare in die Hand nehmen kannst, ein bisschen dran ziehen kannst. Und es ist eine wunderbare Spielart, die sich für viele Frauen sehr intensiv anfühlt. Und was du an der Stelle noch zusätzlich tun kannst, ist, wenn du schon hinten in ihren Haaren drin bist am Hinterkopf, ist, du kannst deine Finger gucken und auch ein bisschen deine Fingernägel nehmen und hier einfach ihre Kopfhaut stimulieren. Und das verschafft den meisten Frauen eine Gänsehaut und ich kann dir nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Eine weitere super sensible Körperzone sind die Ohren. Die Ohren sind mega sensibel und das, was ich an den Ohren letztendlich mega cool finde, ist, dass du da eben nicht nur mit deiner Hand super zu Werke gehen kannst, sondern letztendlich halt vor allen Dingen auch mit deinem Mund. Denn das Ohr spürt nicht nur, natürlich, das Ohr hört auch. Das heißt, du kannst hier die Stimulation, die auditive Stimulation mit der haptischen Stimulation verbinden. Was du machst, ist, du gehst nah, richtig nah an das Ohr deiner Partnerin und flüsterst ihr irgendwas ins Ohr. Das kann was Romantisches sein, das kann was Erotisches sein, was Versautes sein. Das kann aber auch was total Banales sein. Und du gehst so nah mit deinen Lippen an das Ohr deiner Partnerin, dass deine Lippen oder deine Barthaare ihr Ohr ab und zu ein bisschen berühren. Gleichzeitig wird sie auch deinen Atem am Ohr spüren können. Und wenn es schon mal jemand bei dir gemacht hat, dann weißt du, wie unglaublich schön und intensiv sich das anfühlt. Frech mal über einen weiteren Körperbereich, der krass unterschätzt ist oder über den nie gesprochen wird. Und das sind die Hüften deiner Partnerin. Gerade die Stelle, wo ihre Taille endet und das Becken anfängt, nach außen zu gehen. Wo diese schöne weibliche Rundung entsteht. Genau dieser Körperbereich, den kann man richtig toll berühren, wenn schon ein bisschen mehr Erregung im Spiel ist. Viele Frauen genießen es ja sehr, beim Sex deine männliche Kraft zu spüren. Und gerade wenn die Erregung schon ein bisschen höher ist, wenn der Sex ein bisschen wilder, vielleicht auch ein bisschen kräftiger geworden ist, dann ist es eine tolle Körperregion, um deine Partnerin genau deine männliche Kraft spüren zu lassen. Indem du einfach mit deinen Händen wirklich ganz bestimmt und relativ kraftvoll in diese Hüften reingreifst. Und du kannst diese Gelegenheit halt auch nutzen, um die Bewegungen mehr zu kontrollieren. Und wie gesagt, das ist jetzt wiederum keine Technik oder keine Körperregion, die du abends beim Netflix-Schauen ausprobieren solltest oder beim ersten Date in irgendeiner Bar. Sondern halt vor allen Dingen dann, wenn die Erregung schon hier oben ist. Dann, mein lieber Freund, eine Körperregion, die mega viel Potenzial hat, sind natürlich, und das hast du vielleicht schon mal gehört, die Oberschenkel-Innenseiten. Super sensible Zone, da ist eine dünne Haut, da geht es langsam auch eben an den Intimbereich ran. Und da kannst du sehr, sehr viel Antizipation für mehr aufbauen. Zum Beispiel, wenn ihr im Vorspiel seid, ist es eine hervorragende Körperzone, um deiner Partnerin ausführliche, extensive Streicheleinheiten zu schenken oder eben auch an dieser Stelle zu küssen. Ich würde dir einfach mal empfehlen, nimm einfach zum Beispiel mal deine Hände und streichel ihr ganz sanft mit deinen Fingerkuppen, quasi fast vom Knie bis ganz, ganz nah an den Intimbereich heran. Dann hör aber natürlich auch genau da auf. Das kann die Antizipation deiner Partnerin regelrecht in die Höhe schießen lassen. So, wir bleiben genau in dieser Körperregion und wir sprechen ein bisschen über den Venushügel, über den tatsächlich auch wieder viel zu wenig gesprochen wird. Der Venushügel ist, ich würde mal sagen, nicht unbedingt die sensibelste Zone am weiblichen Körper, aber trotzdem kannst du dort relativ viel machen. Wenn dieser Venushügel nämlich abgedeckt ist, wenn der abgedeckt ist, zum Beispiel von deiner flachen Hand mit einem gewissen Druck, dann löst es bei vielen Frauen so ein gewisses Gefühl von Geborgenheit aus. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, die du zum Beispiel anwenden kannst, nachdem deine Partnerin einen Höhepunkt hatte oder beim Vorspiel, wenn du sie fingerst oder wenn du sie leckst. Und dann ist es eine hervorragende Spielart, die Hand auf den Venushügel deiner Partnerin zu legen und da wirklich einen gewissen Druck auszuüben. Wenn ihr im Vorspiel seid, was du zusätzlich noch machen kannst, ist, langsame kreisende Bewegungen auf dem Körper, auf dem Venushügel zu machen und in gewisser Hinsicht die Haut unter deiner Hand so ein bisschen hin und her zu ziehen. Fühlt sich für viele Frauen wunderschön an. Und dann sprechen wir über die letzte Körperzone des heutigen Tages und das ist die Stirn. Die Stirn ist auch nicht besonders sensibel, aber auch hier kannst du Berührungen ausüben, die richtig viel Aussagekraft haben. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn du den Kopf deiner Partnerin zum Beispiel nimmst und du küsst einfach gefühlvoll ihre Stirn, dann ist es nicht einfach so ein lapidare Kuss, sondern dann ist es eine Form von Kuss, die was aussagt, die eine gewisse Energie hat. Und das ist die Energie von, hey, zwischen uns ist Vertrauen, zwischen uns ist Intimität, zwischen uns ist Nähe und ich passe auf dich auf, ich beschütze dich. Das sind all so Dinge, die bei einem sanften Kuss auf die Stirn mitschwingen. Und ich würde mal behaupten, die meisten Männer denken da nicht wirklich drüber nach und küssen ihre Partnerin wahrscheinlich auch herzlich selten auf die Stirn, was okay ist. Aber wenn du das Bedürfnis hast, deine Partnerin auszudrücken, hey, ich spüre gerade unsere Verbindung, ich spüre gerade unsere Intimität, dann ist das eine hervorragende Art und Weise, genau das auszudrücken. Und das waren sie auch schon. Ich weiß nicht, ob es am Ende des Tages jetzt neun Wege waren oder elf oder dreizehn, keine Ahnung, aber das waren auf jeden Fall die Wege, deine Partnerin auf eine Art und Weise zu berühren, die sie verrückt machen kann. Und wenn du jetzt sagst, hey, geile Tipps, ich brauche mehr davon, da steckt noch so viel Potenzial für mich, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, mein Lieber. Dann kriegst du wöchentlich solche Videos, wie du ein schöneres Liebesleben kreieren kannst, wie du deine Partnerin noch verrückter machen kannst und wie du einfach schöneren Sex haben kannst, wie du länger durchhalten kannst, wie du gegen Erektionsprobleme vorgehst und all diese guten Sachen. Ansonsten lade ich dich auch noch dazu ein, dir mein kostenloses E-Book runterzuladen, wo es nochmal zusätzlich mega gute Tipps gibt. Einfach unten in der Videobeschreibung nachschauen und dann hoffe ich, lesen oder sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Bis dahin, mach's gut.